Chef, was hast du denn geholt? Oh, wer ist denn türkische Airlines, Alter? Das ist ein Rocket 900 aus 2021, das Ding ist einfach eine Manufaktur, wirklich schickes Fahrzeug, muss ich sagen, einer von 25 Exemplaren, und ich bin den gerade eben gefahren, guck dir den Heck einmal an bitte, 900 PS sag ich nur noch, wir sind in der Überlegung das Ding zu kaufen, und wenn wir den kaufen sollten, wird der natürlich, ich könnte ja gerne schreiben, wie die Felgen heißen, das sind 24 Zoll Felgen, und was bei Brabus sehr wichtig ist, sind die Etiketten auf den Sitzen, das ist der Zeichen dafür da, dass der nicht in einer externen Firma gemacht wurde, sondern bei Mercedes, Brabus, ich zeige noch einmal die Motorhaube, unter der Motorhaube, Vollcarbon-Paket, einmal die komplette Ausstattungsliste, die man haben kann, 4,5 Liter, wir machen kurz noch einen Soundcheck, willst du einmal hier Mikrofon arm bitte, und dann kommen wir gleich zum Preis, ganz dezentes Fahrzeug, Was soll der kosten? Unter 600.000 Euro, 599.999 Euro, einer von wenigen Exemplaren, falls du Interesse hast, schreib mich an, oder kommentiere, ob du den gut findest, einfach nur Rakete. Körpers Vielen Dank.